Was geht ab YouTube? Wir sind hier gerade live auf Twitch und machen Flaggen erraten. Einmal Mamadeo Dufu und Hassan. Hassan und Mamadeo Dufu. In einem Team gegen... Wir sind die Unbesiegbaren. Die Unbesiegbaren. Aber euren Namen? Untouchable, Bruder. Untouchable? Ja. Boah, das ist ein starker Name. Wir machen Flaggen erraten und der Verlierer muss seine Ekelgurke essen. Sagen wir, Hälfte? Oha, Bruder! Bruder, bist du auf den Kopf gefallen, Bruder? Wohin bist, Bruder, was für Hälfte, Bruder? So eine Osch, die willst du in den Mund reinstecken, Bruder? Da noch Hälfte? Tschüss, Bruder. Äh. Wo? Stopp. Äh. Ich hab schon gesagt, Stopp. Ja, sag. Hey, Bruder, Wallabilla, das ist nicht normal, Bruder. Weißt du, wen ich gerade vor sind, Bruder? Bin ich Frank Heinz-Einstein oder was? Was will ich damit, Bruder? Welcher bist du? Frank, Frank, wie heißt der Eri? Albert Schweinsch... Albert Schweinsch... Was macht ihr mit mir, Bruder? Was ist das, Bruder? Das ist Kanada, Bruder. Ich glaub nicht, das ist Kanada. Das ist Kanada, Bruder. Boah. Woher soll ich wissen, dass das Kanada ist? Bisschen Weltdings, Bruder. Musst du ein bisschen wissen, wo was... Aber ihr habt mich auseinandergenommen, Bruder. Das sind Striche, Mandi... Stopp. Aha. Deutschland. Was? Stopp gesagt, Frankreich. Ja, wie Frankreich? Ja, ich glaub wirklich, das ist Frankreich. Frankreich. Direkt neben Italien. Nein, Bruder, das könnt ihr gar nicht machen, Bruder. Nein, das ist Spanien. Das ist nicht Spanien. Ich weiß, in welchem Malaga du warst, aber das ist Frankreich. Bruder, das können wir gar nicht machen, Bruder. Das geht gar nicht. Ich bin gerade ein NPC hier. Bei diesem Spiel. Ach, Bruder, das... Hör auf zu manipulieren, Mann. Bruder, Wallabilla... Ey, Wallabilla, ich weiß nicht was... Als ob, Bruder. Ey, schl... Wallabilla, was habt ihr gemacht, Bruder? Nein, Bruder. Stopp. Ich hab mal sehr stopp gesagt. Bruder, wie krass bist du? Brasilien, Bruder, wo ist denn das Problem? Hauptstadt Rio de Janeiro. Jetzt mach weiter. Spaß, Hauptstadt Brasilien. Idiot. Hä? Ah, Brasilien, krass. Ah, krass, krass. Das ist auch... Ey, Digga! Jetzt... Wo, 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 wo? Stopp! Australien. Ja, das gönne ich dir. Ja! Wollt ich doch, Junge, du bist in meinem Team. Ja! Ich hab keine Ahnung, gar nichts... Junge, ich hab einen Punkt für uns. Kann man Australien. Äh... Stopp. Mexiko. Ey, das kann ich nicht mitmachen, Bruder. Mexiko. Woher weißt du das alles? Wallabilla ist es aber Mexiko, aber wie schnell dein Gehirn schaltet, Bruder. Was machst du? Hä? Hallo? Nein, Wallabilla, ich bin das weiter, Bruder. Du kannst nicht einfach ein Spiel abbrechen, Bruder. Das hat dir auf Kopf gefallen. Mexiko. Bruder, warum soll ich wissen, von Strichen, was was ist? Stopp. Indien. Boah. Ich bin Koran-Chapsen, Bruder, wenn das jetzt Indien ist, Bruder. Ey, es ist Indien, weißt du, woran ich das seh? Das da drunter ist, äh, das Ding ist. Sri Lanka. Ey, Bruder, hast du diese... Was sagst du? Bruder, hast du diese YouTube-Videos hochgeladen? Du, oder was? Nein, Bruder. Stopp. Stopp. Sag. Vicky, was soll ich jetzt allein erzählen? Das ist einer der N-Länder. Ey, was hast du da? Was, Bruder? Sag, sag. Du hast doch gesagt. Einer der drei N-Länder, aber ich weiß nicht welches. Wie, drei Länder, ey? Ja, genau. Was ist drei N-Länder, Junge? Drei Engländer. Engländer? Sag doch nicht, Bruder. Shit. Bruder. Ich sag Morby. Eins, okay, ich sag Schweden. Ich sag auch Schweden. Haha. Oh mein Gott. Keiner, 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 keiner kann was. Bruder, mach die Kettensäge an. Gurke. Aromatisch. Komm, Vicky, let's go. Stopp. Stopp. Das ist einfach, Bruder. Oh nein. Jürgen, ich auch irgendwie... Das ist einfach, das musst du wissen. Spanien. Was hat er gesagt? Spanien. Ja, dann ist er jetzt dran, Bruder. Junge, in Afrika. Dann ist er jetzt dran. Das ist doch Afrika. Spanien. Eißig, Europa. Warte mal, in welchem Malager warst du? Ist das Marokko? Nein, ist nicht Marokko. Marokko, ist dann Spanien. Ich war auch nah dran. Spanien, Marokko, Algerien. Ich hab gar keine Ahnung, Bruder. Ist das Zypern? Da. Zypern? Bruder, er sagt Stopp, dann sagt er Zypern, Bruder. Warte doch, überleg doch erstmal. Aserbaidschan. Nein, nein, nein. Kasachstan, 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 Kasachstan. Oh mein Gott. Meinst du das ernst? Nicht. Kasachstan? Was, wenn das Zypern ist? Was für Zypern, Junge? Mach weiter, ich kann das nicht. Zypern ist neben Griechenland. Mach weiter, das ist Japan, Bruder. Das ist nicht Japan. Das ist Japan. Japan neben Russland. Das ist Japan, Bruder. Japan neben Russland. Ey, Bruder. Hä? Bruder, das hättest du echt wissen müssen. Können wir jetzt wieder machen, Bruder. Bruder, ich weiß, die ganze Karte weiß ich nicht was, dass sie für einen Scheiß hier ist, alter, gezeichnet, wer auch immer was das ist, alter. Ich weiß nicht, das blaue ist Wasser. Das ist die Weltkarte. Woher soll ich wissen, wie eine Weltkarte aussieht? Ich weiß, wie die Erde aussieht, aber keine Weltkarte. Ja, aber die ist doch nichts. Die ist aber flach hier, aber die Welt ist rund. Globus. Ja, aber. Globus. Dank, ich hab damals so ein Globus gemacht. Hast du durch diese Geräusche? Nein. Stopp. Äh, das ist, ähm, Kolumbien. Mach weiter. Das ist Argentinien. Boah, ja, Mann, stimmt. Bruder, wie krass bist du aber? Ey, wie kann das doch noch stimmen, Janik? Du kannst nicht mal... Der hat nicht mal wenigstens einen Fehler, weißt du? Stopp. Er hat erst Stopp gesagt. Das ist Neuseeland, Bruder. Das ist Neuseeland, Bruder. Das ist außerhalb der Welt, Bruder. Das ist Neuseeland, Bruder, Hauptstadt des Wellington. Jetzt drück weiter, Bruder. Wala, wenn du da hinfliegst, die Welt startet von Neubruder, du bist auf einmal wieder... Dort bist du als erstes im neuen Jahr, Bruder, du... Stopp. Die Kai. Warum... Der hat Stopp gesagt. Punkt gehört dem. Die Kai? Ja. Wir wollen einfach umbringen, aber dann, aber dann... Ja, was ist das? Sag das mal. Super. Sag mal das, was ist das? Wala, sag mal das, was du gerade zeigst, was ist das? Das ist Kosovo. Das ist Kosovo? Das ist Kosovo. Kosovo ist doch nicht hinter Türkei. Hier ist Türkei, ne? Wie kann hier Kosovo sein? Nein, nein, sorry, sorry. Falsch verstanden. Du kennst... Deine eigene... Nein, nein, Tschetschen. Kossakstar, Alter. Ja. Ja, okay, mach mal weiter. Wir gucken. Wusstest du, Emre? Ich wusste nicht. Ich weiß wirklich nicht. Oder Thailand. Das hat aber im Chat jemand geschrieben, Kossak. Ich hab aber nicht... Jaaaa! Stopp! Okay, das ist richtig einfach jetzt. Ich hab gar keinen Plan, Bruder. Warum sagst du dann Stopp, Bruder? Das ist ja kein Kosovo. Ich hab nichts zu sagen. Lass doch, Bruder! Lass doch, Bruder! Hast du gesehen, was ich gerade gesagt habe? Lass doch, Bruder! Das ist... Du willst nichts sagen. Sri Lanka? Sri Lanka! Sri Lanka! Sri Lanka! Familierisch! Familierisch! Das ist so... Und? Stopp! Oh, warte, warte, lass mich die mal versuchen. War das Argentinien? Ja. Ja, ne? Links daneben? Dann weiß ich, was das ist. Ja, sag doch. Puerto Rico. Oh, du weißt wie, eh? Warum weißt du diese, eh? Stark! War aber falsch, Bruder! War Peru, Bruder! Aber fängt auch mal hinterher an. Ja, passt. Echt? Wer ist das denn? Peru, Bruder, Hauptstadt Lima. Drück drauf und lass Peru da stehen und lass uns ins nächste Spiel gehen, Bruder. Du weißt, warum du leidt, ey? Sch*****, Alter, ich hab mich einfach blamiert. Ich hab mich einfach blamiert, Bruder! Schon mal blamiert, Bruder! Ist das Lime! Auf geht's, lass uns da stehen und dann gehen wir auf in die nächste Runde! Die Hauptstadt ist Lima, ey! Kann doch mal passieren, passier doch mal den besten, Junge. Stopp! Weil er war schneller. Wer war schneller, aber er war schneller. Malawaii schneller? München. Mein Bruder. Stopp! Frankfurt. Stopp! Hamburg. Malawaii! Aber eigentlich musst du ganz aussprechen. Wie heißt das ganz? Was hast du mit mir gemacht, Bruder? Ja, haha, Bruder. Hamburg, Hamburg. Das ist nicht richtig. Wie? Hamburg, Bro. Hansa statt Hamburg. Ey, wenn da jetzt Hansa statt Hamburg steht, dann ist aber Dings, Bruder. Dann ist mein Punkt. Wenn da Hamburg steht, sein Punkt. Der sagt auch zu mir, ich will den Hansa Hamburg. Stopp! Aachen. Das ist seine Stadt. Selbst wenn du richtig hättest, das ist seine Stadt. Stopp! Stopp! Ja, sag mal jetzt. Stuttgart. Er war schneller. Stopp! Was ist das? Ich weiß es. Nein, nein, nein. Drei, zwei, eins. Bruder, ich bin raus, Bruder. Wallah billah, ja. Heim von, Bruder. Inshallah. Das ist richtig, Bruder. Bremen, 4-1. 4-1, Bruder. Du hast richtig vorgelegt, Bruder. Warum ist da ein Haar in Bremen? Wegen Hansa statt. Stopp! Oh mein Gott, so dumm, Bruder. Ich weiß es sind den Fingern, Bruder. Keine Ahnung, Bruder. Siegen. Nein! Was denn? Was für Siegen wird ich verarscht, Bruder? Was für Siegen, Bruder? Was für Siegen, Bruder? Ja, sag doch. Schwerin, Bruder. Kein Mensch. Das ist nicht Siegen. Wallah, du wärst nicht auf Schwerin gekommen. Ja, werd ich auch nicht. Aber das ist nicht Siegen. Stopp! Achso, ich bin gar nicht dabei. Äh, ich weiß. Stopp. Kaiserslautern. Karlsruhe, keine Ahnung. Ich glaube, Karlsruhe ist KH. Ja, ich habe Kaiserslauternsricht, glaube ich. Oh! Oh! Oh, auch falsch. Ey, warte, warte, mach mal. Stopp, wie viel steht's? 4-1. Immer noch 4-1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hole das einfach so nach Hause. 1, 2, 3. Potsdam, sag ich. Ich sag Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ist MP. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland, Jungs. Und? Das hat kein eigenes Kennzeichen gemacht. Komm! Stopp! Riesbaden. Das ist richtig. Stopp! Das ist einfach. Das ist einfach. Facebook. Ja. Stopp! Aber das ist so einfach. Ey, Bruder, das ist so einfach, Bruder. Wallaha billa, Bruder. Ey, Bruder. Junge, ich war doch schnell. Bruder, bei den Ländern warst du auch schneller und ich habe es immer dir gegeben. Stopp! Nein, ich weiß gar nicht. Ich habe was im Kopf, aber... Ja, sag! Äh, Eilsdorf. Eilsdorf wird mit S geschrieben, aber alles gut. Ach so. Lass es weiterlaufen. Also, wir sagen. Stopp! Schalottenburg. Korpus. Schalottenburg, was glaube ich, sind Stadtefe? Stark, 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 stark. Wir führen. Oh, falsch. Schemlitz ist aber auch... Ja, Bruder, ist... Korpus auch da. Ist direkt daneben, Bruder. Korpus auch da. Na, nachher, ist direkt daneben. Stopp! Ähm... Ähm... 3... 2... 1... Sag. Ja, sag du. Mainz. Start, wenn Mainz ist, weil... Das kann echt Mainz sein. Ja! Okay, letzter Punkt. Stopp! Einfach schnell. 3... 2... Aachen. 1... Augsburg. Du hast Aachen schon gesagt. Er hat Augsburg dann gesagt. Augsburg. Stopp! Würzburg. Stark. Oh, Wallabique ist stark. Wallabique ist stark. Stopp! Ähm... 3... 2... Mannheim. 1... Stark. Ohhhh... 6-6. Jetzt müssen wir 6-6 sein. Ja, 6-6. B***ing, keine Hauptstadt. Stopp! Belgrad. Stopp! Ich hab zuerst gesagt. Ja? Gissabon. Okay, ist richtig. Stopp! Budva. Das hättest eh nicht gewusst. Ja, wollte ich. Ich hab einfach nur so stopp gesagt. Budva! Ich sag Skopje! Dein Ernst, Bruder? Was? Podgorica? Falsch einfach. Podgorica? Podgorica? Ich weiß auch, warum ich Budva gesagt hab. Ich war damals dort. Aber jetzt... Was machst du? Stopp! Stockholm. Nein! Ich sag schon! Helsinki. Ich war zu schlimm. Oslo! Ah, na! Stopp! Äh... Was ist das denn? Bruder, bitte! Hä? Bruder, er sagt Stopp! Dann geht der noch einmal die Frage ab, Bruder! Wo ich küss dein Herz? Hä? Wala, Billah! Ich hab so gemacht! Bruder, das musst du zugeben, Bruder! Bruder, Herz! Ich hab so gemacht! Du bist doch oben gegangen! Du hast oben deinen Finger... Bruder, ich küss dein Herz! Sag Sorge, du hast nicht oben deinen Fingern! Wala, Billah! Guck mal zu! Rumänien! Man liest ja sofort! Man weiß ja, was die Frage ist! Man guckt Rumänien und dann hier, Bruder! Rumänien ist die Hauptstadt von Bukarest! Jaaa! Wala, mein Bruder! Zwei, 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 zwei! Stopp! Dublin! Ja, okay, sorry! Stopp! Zagreb! Ja, ist richtig! Stopp! Skopje! Wah, Junge! Ich sag doch mal, er kriegt den Balkan die ganze Zeit! Boah, da spielt man nicht, bitte! Schwarz! Ich war! Oha! 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 Basel! Bern! Oha! Oha! 5-2 Emrich, übergib dir jetzt das Spiel! Bruder, hör mir gut zu, was ich dir jetzt sage! Ich hör dir zu! Du brauchst 5 Punkte, er braucht 8! Okay! Walla, wenn er dich einholt, bist du richtig scheiße! Okay, okay, okay! Ey, du... Stopp! Ungarn ist Budapest! Yeah, der kommt wie aus der Pistole, Bruder! Stopp! Riga! Ich sag Kaunas! Nein, Savinius! Savinius! Stopp! Jetzt ist Riga, ich weiß es nicht, aber... Savinius! Jetzt kann Riga sein, aber... Jaaa! Boah, das sieht leider immer nach 7! 7! Ah! 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 Stopp! Äh, äh, Mosta! Valetta! Wie, als hättest du gewusst! War natürlich so! Der ist richtig! Ja! 2-1 zwischen uns! Stopp! Wien! Oh mein Gott! Oh Gott! Wichtig! 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 Stopp! Ähm, ähm, äh... Was hast du Stopp gesagt? Hä, der war wirklich zuerst! Okay, dann sag... Mach Stopp erst mal! Ich sag, äh, Brest! Okay, ich glaub... Es könnte auch Brest sein, aber ich glaube Minsk! Das ist Minsk! Ja, okay... Wichtig! Ich musste... Ich musste irgendwas sagen! Stopp! Alter, Tirana, Bruder! War er schnell als ich? Ja, Bruder! 100 Prozent! Ey, Junge, Alter! Das war ich so schnell, ich war schon in Albanien, Bruder! Ich schwör's dir! Alles entscheidende! Stopp! Wala, ich war schneller! Das ist Prag! Wala, Billa, ich war schneller! Ich schwöre auf alles, ich war schneller! Ich hoffe, der war schneller! Wala, diesmal ich war schneller und ich bleib auch dabei! Der ist jetzt aufgestanden! Wala, wer sogar jetzt sagt, ich war nicht schneller, er lügt! Wala, er lügt! Ich schwöre auf alles, ich war schneller! Ich hab's sogar Prag gesagt, du warst doch beim P, Bruder! Wala, ich war schneller! Und Bigi sagt nicht mal, oh mein Gott, nein! Und so, weil ich die ganze Zeit Hack gönne, lad! Ich gönne die ganze Zeit Hack, Bruder! Bruder, was hast du gemacht, Bruder? Wie schlecht bist du? Ich glaub, ich hätt die freiwillig gegessen! Bruder, hör auf damit! Bruder, Wala, Billa, hör auf! Nein, was?! Bruder, nicht bei das, bitte! Du musst doch nur reinbeißen! Bruder, hör auf, Bruder, nicht bei das! Bruder, hör auf damit! Wala, Billa! Aufessen! Guck mal, wie die da hochkommt! Kevin, die Sehbuch hören an! Geh mal ehrlich, ich fang an! Anik, was ist das für eine gigantische Goka, mein Amir? Wala, Billa, Bruder! Richtig gewusst, mein Amir! Du bist ein halber Mensch! Gib mal her! Du bist ein halber Mensch! Gib mal her! Richtig beißen! Abbeißen! 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 Jawoll, jawoll, komm! Is! Komm! Is auf! Komm! Den kriegst du! Aufessen! Hey, aufessen! Dieses Wasser kommt hier raus, irgendwie! Bleib sitzen, bleib sitzen! Warte, 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 warte! Die Gurke! Das musst du krack machen! Oh! 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 Ich würde diese Gurke nochmal beißen, jetzt sage ich dir ehrlich. Ich würde den Oda Goktauern, oder? Und mir stinkt! Oh! Wo ist Biggie? Oh! Der ist einfach nach Hause gegangen! Wie ist mit deinem Auto? Biggie? Biggie muss schlucken bei uns! Biggie muss ich schlucken! Du wolltest essen? Ich würde, aber ich will jetzt gar nicht! Ich kann doch nochmal beißen! Ich hoffe bis hoch die Höhe. Geht. Doch, das schmeckt gut. Für mich war das keine Bestrafung, das war das Ganze für dich. Du bist so eklig, ne? Das Gewürzkurken, Bruder. Digga, du bist irgendwie ein Allesfresser, ne? Nee, Bruder, ich mag keine Paprika. Paprika schmeckt nicht. Du bist so eklig. Du bist so eklig. Du bist so eklig.